So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 4. Äh, ich bin gerade durchgelaufen, weil ich Angst hatte, aber jetzt müssen wir uns umschauen in die richtige Richtung, würde ich behaupten. Okay, wir können hier in die sämtliche Richtung, ne? Uh, wir können hier zum See schon. Und da unten wird mir irgendwas nicht gefallen. Und die sehen mich auch direkt, oder? Oh, oh. Oder sie... Ah, die entsorgen da jemanden. Scheiße. Und die entsorgen da gerade jemanden. Okay, wir gehen nicht zum See. Keine Chance, wir gehen nicht zum See. Uh-uh. Uh-uh. Auf keinen Fall. Wir gehen nicht zum See. Da drüben ist irgendwas. Ja, aber wir gehen da doch nicht hin. Du hast doch gerade gesehen, was da ist. Das ist doch nicht dein Ernst. Noch mehr? Ein Schloss. Wow. Ist ja riesig. Lady Dimitrescu. Oh, ich will zurück in die Vidas. Noch mehr? Noch mehr? Da unten müssen wir hin. Da hinten können wir hin. Da ist so eine alte Bruchbude, wie von Tine Wittler renoviert. Okay, ich glaube jetzt mal, wir haben alles gesehen. Okay, ich kann hier runter. Komm, wir gehen einfach runter. Es ist egal, wir werden das schon alles hinkriegen. Eins nach dem anderen. Kein Problem. Was haben wir da? Wenn das Bootsbenzin ausgeht. Das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Jeder nimmt nur so viel, wie er braucht. Ah, ganz wichtig. Wenn ihr zu viel genommen habt, kriegt ihr Ärger. Also passt auf euch auf. Woo! Aber ich bin ehrlich, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich halte das für eine Schnapsidee, hier hinzugehen. Ich habe es gesagt. Falls mich irgendwer nachher fragt, warum hast du es gemacht? Ich habe das von vornherein durchschaut. Ich will da aber noch nicht auf den See raus, ne? Okay, wir brauchen das Bootsbenzin. Nein! Okay, und das wird da gelagert, ne? Das stand da ja gerade. Was haben wir hier? Das reicht noch nicht. Und ein gelbes Kräuterli. Küchenmesser. Oh, ich habe keinen Platz. Wir müssen Dinge kombinieren. Ich brauche aber kein Küchenmesser. Okay, wieder hoch. So, was haben wir hier? Können wir hier rein? Joa, können wir. Das ist nicht gut, würde ich behaupten. Oben ist jemand drauf. Die schießen doch wieder irgendwas auf dich. Aua! Oma! Omi! Hör auf! Kriegst einen am Arsch! Oh Gott! Lass mich lieber mal kurz am Abstand gehen. Oh, ne! Oh Gott! Oh! Huch! Huchelchen! Warte mal kurz. Ich muss mich mal kurz heilen. Ich muss mal kurz was fressen. Oh Gott! Runter! Aua! Wo habe ich denn die Flitte? Ach, da unten. Gut. Einer will. Oh Gott! Hallo! Hallo! Moin! Aua! OMI OMI Wo ist denn die Zau? OMI 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 So, wir holen uns hier erstmal alles raus Wollen wir auch noch Geld? Eins von fünf Und dieses Brackwasser, wie das stinken muss Kann ich hier nicht irgendwo hoch? Bestimmt Ich hab schon wieder keinen Platz mehr Ich kann da auch irgendwie rauf Guten Freunden gibt man ein Fässchen Bin ich von hier gekommen? Ja, ne? Ne Seidenkristall Okay Wir looten hier erstmal jetzt alles ab Erstmal alles runter Ich muss hier irgendwie raufkommen können Hier nicht Da ist auch noch so ein Medaillon Am Medaillon Und da muss ich auch irgendwie raufkommen Das ist anscheinend nicht der Weg Da komm ich nicht rüber Von oben runter irgendwie Aber hier komm ich nicht rüber Oh, der Leon macht sich ganz nass jetzt Kann ich hier hoch? Ne Da hinten kann ich aber irgendwie rüber Hier kann ich irgendwo rüber Ah, hier Ah, hier Ah, hier Ah, das ist der Weg So Ich seh die immer nicht Ich seh die immer noch Ich hör die nicht Äh, ich hör die immer noch Ah, Omi 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 ist aber nicht alleine Omi hat noch Verstärkung Oma, wo hast du deine Verstärkung? Oma Omi hat irgendwo Verstärkung Omi will nur nicht sagen, wo So, wo müssen wir jetzt noch hin? Die Handgranate Und ein Medaillon haben wir noch Die erweiterte Karte Und einen Schatz haben wir da noch Okay Aua Komm her Ah, du bist es Hättest gleich sagen können, dass du da bist Dann hätte ich mir den Weg gespart Kann ich das Medaillon von hier erreichen? Das muss irgendwo hier hängen Irgendwo hier muss ein Medaillon sein Medaillon Nicht zu verwechseln mit Mr. Ma-Yong Aber wo? Direkt davor Direkt hier muss es irgendwo sein Hallo, Medaillon Medaillon Oh, Leon Medaillon Oben drüber Okay, vielleicht ist es nur von oben zu sehen Ich muss vielleicht nochmal hoch Vielleicht nochmal da hoch Gucken Oh, Slang Ich hab keinen Platz Scheiße Ich hab trotzdem keinen Platz Kann ich irgendwas Aber ich kann die doch stacken, oder? Ich kann nichts sagen Mal Ähm Oh, okay. Okay, wir haben hier. haben das bos benzin aber ich weiß nicht ob ich das überhaupt will ich weiß nicht ob ich das überhaupt will ich will kein benzin das ist doch schon mal was ja aber ich will das vielleicht gar nicht ist das vielleicht die schlechte idee so wir haben noch die handgranate und wir haben hier noch einen schatz hier ist noch ein schatz warte oben unter dem dach bestimmt oder so ne da oben ja da hängt er sehen schon okay okay haben wir wir brauchen uns das blöde medaillon dass man aber nicht sehen kann wir gucken direkt dahin aber ich sehe es nicht wo ist denn das mit der jong hallo mit der jong und hier wieder hoch wir müssen hier hoch leon kletter mit der jong hallo ich seh nix ich bin ehrlich ich seh da kein medaillon ich würde das gerne noch erledigen aber so kann ich das nicht erledigen weil ich das nicht erledigen weil ich da nicht sehe es muss direkt hier irgendwo sein alles ich Manuel ich bin nur noch mal jetzt wenn ich mir Ich mach'sa halt nix bei. Machen wir eine Bootstour. Kann ich hier nochmal speichern? Nee, ne? Aber ich würd gern vorher nochmal speichern. Ah, nicht böse sein, aber ich muss nochmal speichern vorher. Bevor wir eine Bootstour machen, muss ich speichern. Ich hab Angst, dass ich gefressen werde. Muss ja ehrlich sein. Und ich hab wirklich grad Angst, dass ich gleich gefressen werde. Und dann war's das. Müssen wir alles sonst nochmal machen? Das wollen wir nicht. Oder mein Freund, der Händler? Ich war auch hier noch gar nicht, ne? Hallo, Fremder. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Ich hab hier drei Seidenkristalle und noch eine Viper für dich, ja? Im Grab bringt dir dein Garten. Was kann ich denn tauschen? Eine interessante Wahl. Äh, also ich mein das natürlich positiv. Jaja, klar. Glaub ich dir. Eine Waffe, den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Hat etwas Künstlerisches nicht wahr? Ja, hat es. Ich bekochte den Wach. Der Deal. Probier mal, wie sich das anfühlt. Ja, mach ich gleich. Sollte den Unterschied sofort bemerken. Mach ich gleich. Probier mal, ob's passt. Ach, Bolzenrezeptur wollte ich mir noch holen, ne? Ach, ist egal. Mein Inventar ist halt voll, ne? Aufbewahrung. Kann ich irgendwas loswerden? Ne, ne? Ich mach das erstmal so jetzt, damit ich ein bisschen Platz hab, ja? Und ich bin ehrlich, den brauch ich gerade auch noch nicht. Ich mach ihn auch erstmal hier rein, damit ich wieder Platz im Inventar hab, ja? So. Die Skullshaker ist, glaub ich, besser. Aber ich hab meine jetzt getunt. Dadurch hab ich die jetzt, glaub ich, übertrumpft. So, Schießpulver. Was ist das da? Kann ich nicht sammeln, oder? Kann ich da rein, nee, ne? Hab ich nicht mehr. Okay, dann mal wieder hoch. Gehen wir wieder rauf. Sieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Augen. Immer. Ich würd' mich auch gern nochmal umsehen, von wo wir gekommen sind, ehrlich gesagt. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Willkommen, Fremdach. Ist, glaub ich, das erste Mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. Schießstand. Schießstand regeln. Zerstöre die Piraten und erreiche den HSG-Waffen-Munitions- und unbegrenzter Fippo und auch dazu kostenlos. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Preise. Tausch du deine Jetons an jedem Jeton-Automaten gegen Talismane. Die kleinen Kostbarkeiten bekommst du sonst nirgends, also keine falsche Bescheidenheit. Tipps und Tricks. Du kannst mehrere Ziele auf einmal zerstören, indem du mit einer Stange Dynamit in ihrer Nähe schießt. Sei vorsichtig, wenn du am Matrosen erwischt, werden die Punkte abgezogen. Für manche Tipps braucht es mehr als nur einen Schussballer auf sie ein, bis sie zerbersten. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, dann auch einen Bonus-Ziel auf die Bedingungen sind zur Schießübung verschieden. Ich bin nicht gut in sowas. Oh, das war Matrosen. Die eigenen Reihen. Ich befürchte, dafür gibt es Punktabzug. Hervorragender Schuss. Nachladen. Nachladen. Oh Gott. Genauso. Komm, bestein. Schnappab da. Das weiß ich noch nicht zurecht. Nachladen. Okay. Okay, das haben wir immerhin geschafft. So, 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 fast besser als erwartet. Ja, okay. Reicht erstmal. Nur mal ausprobiert, ja? Dann bis zum nächsten Mal. Haben wir mal getestet. Ein paar Schießübungen machen, muss man ab und zu machen. Ich wollte hier nochmal zurück. Da oben hat es so komisch geknurrt, aber ich wollte trotzdem mal gucken. Aber gespeichert. Achso, hier war nix. Genau, hier waren wir. Lass mich runter. Spring runter. Spring runter. Ich hab' die gar nicht gesehen. Hab' ich gleich mitgenommen. Okay, gut, dass ich nochmal zurückgekommen bin. Hier war der Schlüssel. Den hab' ich nicht. Ich hatte hier ja so gut wie nix mitgenommen. Hier müssen wir nochmal schauen. Ich hab' ich nicht gesehen. Okay, aber hier war es uns tatsächlich nix mehr. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt zum See. Okay. Okay. Schauen wir mal. Das wird bestimmt nichts passieren. Sicherlich eine gute Idee. Oh oh. Der Leon ist so ein Surferboy. Das ist ganz schlecht jetzt. Ganz schlechte Idee. Oh, ganz schlechte Idee. Warum ausgerechnet jetzt? Nein! Wo ist meine Panzerfaust, wenn ich sie brauche? Ich glaube, ich sollte... Bitte was? Ich kann nie im Leben gegen ihn kämpfen. Das ist glaube ich. Oh, es needed. Oh, wir sind echt. Wo ist die Dreckschau? Ja. Wo ist denn die Sao? Treffer! Los, rauf auf ihn! Immer auf die Sao! Warum nicht? Ja! In seinen Rücken! Halt dich fest, Leon! Uh! Oh Gott! Ich treffe ihn nicht einmal! Der ist zu schnell! So, jetzt! Rein in den Wurm! Gleich kommt er wieder. Zum Glück habe ich unendlich davon. Wo bist du hin? Oh, oh, der kommt gleich wieder. Dreckschau! Mitten ins Gesicht! Ah! Das hast du dir gedacht, du kannst mich so fressen, ja? Leon, das hast du gut gemacht! Wow! Zu viel getrunken, mach! Was ist mit ihm? Was ist mit ihm?